hallo hallo schönen abend so ich hab da paar sachen bei action eingekauft und möchte euch zeigen was ich so mitgebracht habe ja als erstes habe ich diese glasschutz hülle eben geholt diese für bildschirm schutz aus glas optimal schutz für ihr tablett bietet hervorragenden schutz vor kratzen keine kratzer mehr durch schlüssel münze und so weiter extra dünn nur 0,33 mm dick für ungestörten bedienen komfort einfache montage durch die spezielle selbstklebende befestigung ja eben ja ich glaube passt hier auch stehen alle eigenschaften ja genau das über drei euro oder bin ich sicher dann auch noch die tablette hülle cover universal tablette hülle schützt ihr tablett vor kratzen benutzung auf eigenes risiko vorgebracht testen material ja eben für 10 bis 11 ja so sieht es aus kann man dann stützen hier ja da ist hier die befestigung naja 590 kostet die normal verbrauchen kann man das so sieht es aus naja ok so das habe ich noch zwei solche boxen geholt kennt ihr ja diese abgeschrägte seiten ja zwei stück dann habe ich wieder diese weitere häftchen bekommen dann halte ich es eben so ja das ist glaube ein altes geht dachte ich naja sehr dickes papier dann die weiteren es war noch die weitere 44 häftchen nennt das habe ich nicht genommen dieser beruf und so weiter es war mir nicht so aber die drei hier die drei sind immer alle vier gekommen habe dieses heftchen genommen eben gemüse oder es ist alles mögliche pflanzen und blumen und lustiges gemüse und obst oder blumen aber doch ne guck mal ach was leckereien ja das war dann mit den marienkäfer naja so spektakulär ist es doch nicht aber dachte ich ja doch der froschkönig auch lustig ich glaube es manches gab es aber egal das sind ja schön und auch das noch schloss mit ritter und prinz prinzessin der merlin der merlin ist ja alles gemischt märchenhemm naja genau ja das war das weiter noch sticker diese sticker buchs mosaik stickers heißt das ja haben wir auch gefallen dachte ich ja es kann wie soll ein geschenk sein oder vielleicht doch was nutzen cover vielleicht mal dekorieren oder auch eben verbasteln das sind diese ganze glitzer dort 1 2 3 4 5 bögen und hier glaube ich zwei und alle mit dutzenden punkten schon gestanzte finde ich ganz schlecht ja und da sind es es gab auch noch andere aber ich habe so zwei geschnappt auch das geht auch schön so kann man schon mal mit was hübsches machen ja und das ist eben die das muss dann wie das muss dann wie und was so so ein ich glaube unter 2 euro 1,90 ich glaube und das hat mir auch noch gefallen dass hier tierchen sind auch da die ganze bögen das sind dann auch punkte auch dreiecke ne kann man dann unterschiedlich dekorieren hier steht dann ja süß ne groß richtig guck mal wie groß ne das ist echt schön finde ich das das ist einfach hoch das schön ja aus ich werde ihn ja ich weiß es gibt es gibt es gibt die nicht schlimm ja genau das sind zwei teile so dann brauchte ich von den kühlen noch die mit dem fach sind 42 sind sind sie ja und da habe ich mir wieder vor ort geholt vier stück dann gibt es wieder ja mal nach zahlen habt ihr bestimmt in der website schon gesehen ja habe ich dieses da mir mitgenommen ist in der kinder bastelabteilung ja pinsel und die tüpfchen mit der farbe 11 entsprechend naja kann man ja was 6 plus die kinder beschäftigen damit das ist auch süß diese farben sind da drin auch 6 plus das ist was schwarz und die augen sind schon soweit körper an der schmetterling war der rest ne zum ausmachen hier zwei drin ne ok so ja ich habe wieder von den mit dem braun zwei blöcke bekommen dachte ich naja gut die kommen mit 188 ja eben die sachen das war sehr notwendig dachte ich hole ich mal erst mal den ersten gebrauch mal schauen ja ok das war's dann danke fürs zuschauen wünsche euch schönen abend und alles gute tschüssi